Hallo, ich bin Chris Meulen. Die Gramma 2 akzeptiert Eingabe von den Command-Taster, Touchscreen, Maus oder auch direkt von Tastatur in die Command-Seile. Hier ein Beispiel. Ich wähle den Channel View an und selektiere ein paar Kanäle direkt über den Touchscreen. Dann drehe ich den Dimmerrad oder den Dimmerencoder nach oben. Jetzt wähle ich mit den Kommandotasten ein paar Kanäle an und gebe ihnen einen Wert. Zum Beispiel 1-10 plus 2875, please. Ich schalte jetzt den Executor-Fenster auf und mit dem Channel Page Plus-Taster auf den Channel-Feder-Anzeiger um. Ich schiebe einige Kanäle mit den Federn auf verschiedene Werte. Zum Schluss bringe ich mit dem Ma und Please-Taster eine blinkende Cursor in die Kommandozeile und tippe mit dem Keyboard ein Kommando ein. Zum Beispiel C20-T40-A50, please. Dieses Kommando wählt Channel 20 bis 40 und setzt die Kanäle auf Wert 50. Wir schauen uns jetzt den Programmer etwas genauer an. Wenn man Kanäle aktiviert oder Werte ändert, sind die in den Programmer geladen. Die Store-Optionen sind so eingestellt, dass nur die aktiven roten Werte gespeichert werden. Ich drücke jetzt auf Store und danach die erste Taste des ersten Feders. Damit sind die Programmer-Werte in einem Cue auf dem ersten Executor-Feder gespeichert. Mit Clear kann man angewählte oder aktivierte Kanäle aus dem Programmer ändern oder löschen. Wenn ich Clear zum ersten Mal drücke, sind keine Kanäle oder Fixture mehr angewählt. Beim zweiten Mal Clear sind die aktiven Kanäle und Fixture deaktiviert und können nicht mehr gespeichert werden, aber die behalten ihre Werte. Beim dritten Mal Clear sind die Anwahl und aktivierte Kanäle aus dem Programmer gelöscht. Um ein dreimal Clear in einem Schritt auszuführen, halte ich den Clear-Taster für einen Moment gedruckt. Ich schiebe jetzt den ersten Executor-Feder nach oben. Der Executor ist jetzt eingeschaltet und die gespeicherten Werte werden ausgegeben. Wenn du mehrere Executor anhast, kannst du dir im Off-Menu einen Überblick darüber verschaffen. Hier kannst du den selektiven Bereich ausschalten oder mit Everything Off alle Executors auf alle Seiten ausschalten. Jetzt geht es darum, wie man Cues in Chasers speichern kann. Zuerst lösche ich den Programmer mit dreimal Clear und schalte alle Executor mit Everything Off aus. Ich rufe die View-Taste 2 Fixture auf und wähle die Group 2 All Alpha Beam 1500 an. Ich drücke die Full-Taste, um die Dimmer der zwölf Fixture auf 100% zu öffnen. Ich speichere das mit Store auf den zweiten Executor und drücke dann die Go-Taste des Executors. Ich wähle über den vier Encoders die Preset Type 4 Color an. Dann schalte ich in dem Feld über den ersten Encoder auf das Feature Color Mix um. Die Encoder zeigt jetzt CM1, CM2 und CM3 an. Unter Special Dialog erscheint im Screen 1 eine HSB-Farbenmenü. Hier kannst du direkt den angewählten Fixture eine Farbe für die Farbmischung eingeben. Ich stelle hier die Farbe Rot ein und speichere mit Store auf den dritten Executor. Ich andere jetzt die Farbmischung auf Blau und speichere mit Store nochmal auf den dritten Executor. Es erscheint ein Auswahlfenster. In diesem Fenster drücke ich auf Create Second Queue und speichere so einen zweiten Queue nach dem ersten. Ich habe jetzt also ein Sequenz mit die beiden Queues. Ich kann die beiden Queues jetzt mit der Go-Taste des dritten Executor abrufen. Mit Edit und einer Taste des dritten Executor kann ich Trigger Schaltzeiten oder Fade über Blendzeiten in der Queue-List eintragen. Ich drücke jetzt Assign und danach eine Taste des dritten Executor. Es erscheint ein Menu im Screen 1, in dem die Belegung der Tasten des Executors oder die Breite der verwendete Fader für den Executor eingestellt wird. Über Options in Menu schaltest du die Executor-Funktion auf Chaser um. In einer Sequenz ist es möglich, in jedem Queue eine unterschiedliche Zeit einzustellen. Ist der Executor auf Chaser eingestellt, werden alle Queues mit einem Spielwert durchgeschaltet und mit einem Fade-Wert übergeblendet. Mit Escape kannst du alle geöffneten Menüs wieder beschließen. Jetzt kannst du dem Executor noch einen Namen geben. Dafür drückst du zweimal auf Assign und dann eine Taste des dritten Executor. Hier schreibst du jetzt einen Namen rein, zum Beispiel Colors. Jetzt kommen wir zu den Effekten. Lass uns angucken, wie man die importiert und abspeichert. Ich öffne das Menu Setup, Show, Import-Export, Import-Effekts. Ich wähle mir die Predefined XML-Datei an und klicke einmal auf die Kopfzeile Name, um alle Effekte anzuwählen. Ich trage im Start-Effekt-Feld ein 1 ein und schalte im Menü auf Overwrite. Dann drücke ich einmal die Import-Menü-Taste. Damit sind alle vordefinierten Effekte der Gramma 2 Software importiert. Okay, jetzt schließen wir das Setup-Menü wieder. Ich wähle die Gruppe 2 All Alpha Beam 1500 an. Als nächstes rufe ich Screen 3 auf und wähle den Effekt-View. Ich drücke den Effekt 24 Pan Tilt Circle. Jetzt speichere ich mir diesen Effekt mit den 12 Fixtures auf einen leeren Effektplatz. Ich nehme mal die 30. Ich drücke erstmal auf Assign, danach Effekt 30 und dann eine Taste des Executor 4. Damit ist der Effekt 30 auf dem Executor 4 über den Fader und verschiedenen Tasten bedienbar. Mit Assign, Learn und danach On des Executor 4 belege ich eine Learn-Tab-Funktion, um schnell die Geschwindigkeit zu ändern für Chaser oder Effekte. Die Go-Back-Funktion lässt Chaser oder Effekte rückwärts laufen. Mit der Pause-Funktion kann ich Exekutor anhalten und weiterlaufen lassen. Wichtig ist, dass ihr eure Show sichert und am besten auf einen externen USB-Stick. Du kannst deine Show einfach und schnell mit einem doppelten Tastendruck auf den Backup-Taster speichern. Wenn du die Show extern auf einen USB-Stick speichern möchtest, musst du ins Backup-Menü gehen. Steck den Stick in einen USB-Port. Nach ein paar Sekunden erscheint ein neuer Tab mit dem Namen des USB-Sticks. Den wählst du an und drückst auf Save Show im Menü. Bleibt der USB-Stick angewählt und gesteckt, wird die Show-Datei auch mit zweimal schnell Backup auf den Stick übertragen. Das waren die ersten Schritte, wie man die On-PC-Command-Ring zusammen mit dem Grammar 2 Software nutzen kann. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen. Emma University bietet auch Trainings für den On-PC-Command-Ring an. Informiert euch auf dem Website von LightPower, lightpower.de, wo das nächste Training in deiner Nähe stattfindet. Danke und bis nächste Mal.